Ich muss hier, ich muss hier kurz zu Wort kommen, weil das ist nicht, das ist nicht legal. Wir hatten ein Gentleman's Agreement, ich lasse Vega offen, er lasst meine Jungler offen. Mate, they land all my junglers. I don't know. But it's actually, er hat mich einfach verarscht. Agurin, I'm sorry. I'm sorry you thought there was a deal. I did not really understand. I thought everything was online. So sorry if there was an inconvenience. I give you 100 subs. And yeah. Thank you for the challenge. It was fun.